Ich bin Balthasar, ich bin 24 Jahre alt. Ich identifiziere mich als nicht-binär, asexuell und auf dem aromantischen Spektrum. Was wünschst du dir von deiner Umwelt? Also mir wäre es einfach total wichtig, dass Leute verstehen, dass wir nicht alle gleich sind und nicht alle gleich ticken. Sei das jetzt bei Geschlecht oder Beziehungen oder Sex oder wie wir uns verlieben, sondern dass einfach viel, viel mehr Akzeptanz und Verständnis geschaffen wird für alles, was außerhalb von irgendwie dieser Norm liegt, die wir so fest in uns reingeschrieben haben. Und das würde mir helfen, aber das würde letztendlich allen helfen, weil ich das Gefühl habe, wir werden da total von eingeschränkt, was uns so in der Gesellschaft halt alles diktiert wird. Und dann finde ich es auch einfach total wichtig, dass wir uns alle irgendwo gegenseitig zuhören und unsere Erfahrungen auch gegenseitig ernst nehmen. Weil ich so das Gefühl habe, dass viel zu viele Leute sich gegenseitig diktieren wollen, was denn jetzt so das richtige Empfinden ist oder so die richtige Art, eine Beziehung zu leben oder so. Und da finde ich es einfach wichtig, wenn wir halt alle die Möglichkeit haben, uns selbst auszudrücken und unsere eigenen Bedürfnisse und dass wir uns da halt auch gegenseitig zuhören und ernst nehmen. Was magst du an deiner Identität am liebsten? Ja, eigentlich alles. Also das hat auch lange gebraucht, dass ich erstens verstanden habe, wer ich bin und zweitens das halt auch akzeptiert habe. Aber inzwischen bin ich einfach so an einem Punkt, wo ich sagen kann, das bin ich, das gehört zu mir und ich bin total glücklich, so wie ich bin. Und das, ich kann es mir anders gar nicht vorstellen. Also am meisten macht mich an meiner Identität, glaube ich, glücklich, dass ich so bin, wie ich bin und dass ich mögen kann, wer ich bin und dass ich auch andere Leute in meinem Leben habe, die mögen, wie ich bin. Und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Ja. Die End. Die End. Vielen Dank.